Ja, hallo zusammen liebe Freunde, mir ist da was ganz Dummes passiert und zwar die Wave-Datei von den letzten beiden Folgen ist futsch. Keine Ahnung was da passiert ist, vielleicht habe ich sie gelöscht, vielleicht ist sie in dem Moment abgeschnitten, abgebrochen, ich habe keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall fott. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problem, denn die letzten zwei Folgen waren jetzt noch nicht gerendert und wir müssen da jetzt natürlich eine kleine Lösung finden. Ich hatte überlegt, die beiden Folgen stumm hochzuladen, was aber natürlich auch extremst langweilig wäre, sich dann anzugucken, wie jemand spielt, ohne dass da irgendwas gesagt wird. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass wir, oder dass ich in dem Fall die 20 Minuten, die jetzt am Ende noch fehlen, als eine Folge verpacke und jetzt nachsynchronisiere oder nachkommentiere. Was aber natürlich jetzt einen ganz anderen Kommentierstil ausmacht, als wenn ich es gerade spiele. Deswegen, ja, nicht wundern, wenn sich das alles etwas anders anhört oder wenn, ja, wie auch immer. Ich kommentiere das nach, wünsche euch damit natürlich trotzdem viel Spaß mit den nächsten 20 Minuten. Let's play The Elder Scrolls V Skyrim und, ja, dann viel Spaß. Boah, ist doch heftig. Na ja, wollen wir uns mal eben schnell heilen. So, mal gucken. Macht ja schon enormen Schaden, der Drache. Ja, und ich denke, wir werden auch beim nächsten Mal auf die Wiederherstellung dann einen Punkt einsetzen, damit wir ein bisschen weniger Mana-Kosten haben. Alle können aber auch langsam mal anfangen, richtig zu kämpfen. Kommt gerade gar kein Schaden raus. Sieht gar nicht, wie wir das machen sollen. Ah, so können wir übrigens den Feueratem unterbrechen. Schon mal gut zu wissen. Oben macht er sich ein bisschen Schaden abzumachen. Das geht ja gar nicht. Wir müssen uns da den langsamer kaputt kriegen. Und jetzt sterben wir hier zum etlichsten Male. Also das ist sehr wirkungsvoll mit dem unerbittlichen Schrei. Boah, jetzt kommt er auf uns zu. Oh, Schwein gehabt. Nicht, dass er uns gleich futtert. Zack. Ja, so langsam kriegen man. Man hat nur noch die Hälfte an Leben. Ist das gemein. Das kann man gar nicht sehen, wenn er da uns abfeuert. Oh, jetzt wird's knapp. Schnell heilen. Boah, jetzt geht der ja gar nicht mehr hoch. Was soll denn das? Flieg, du dämlicher Drache. Was soll denn das? Wollen wir mal schnell ein paar Zaubertränke nehmen. Und zwar hier Heilungstränke. Und vielleicht auch unsere Magiker ein bisschen auffrischen. Schnappen wir uns mal wieder den Bogen. Aber der nervt mit seiner Feuerart in die ganze Zeit. Ist das heftig. Wieder die Widerhärten verbessert. Wo ist eigentlich Lydia? Ist sie jetzt tot oder was? Ich hör die nicht mehr. Ich seh die natürlich auch nicht mehr. Oh. Schnell noch mal ein paar Heilungstränke reinhauen. Oh, komm. Der hat nicht mehr viel. Das schaffen wir noch. Das kostet uns jetzt hier aber Heiltränke. Ach, kacke. Jetzt nehme ich auch noch Zaubertränke der Krankheitsheilung. Heizlos noch. Jawohl. Endlich. Scheiß Drache. So, dann gucken wir uns da direkt nochmal das Spektakel an, wie es aussieht. Und diesmal ohne Rumgeruckel. Sehr schön. Ja, super, ey. Haben wir es endlich geschafft, den dämlichen Drachen von da oben zu töten. Und jetzt auch endlich wieder eine Drachenseele mal bekommen. Hat sich doch gelohnt, der Aufwand. So, dann nehmen wir uns auf jeden Fall die ganzen Drachenschuppen und Knochen mal mit. Weil können wir dann auf jeden Fall teuer verkaufen. Ach scheiße, jetzt sind wir natürlich voll. Ah egal, wir können ja direkt mal nach Weißlauf reisen. Aber wo ist eigentlich Lydia? Scheint weg zu sein. Vielleicht hat sie sich ja vor Angst in die Hosen gemacht. Wer weiß das? So, dann wollen wir doch mal ganz schnell nach Weißlauf reisen und ein bisschen was verkaufen. Ach verdammt, reisen ist natürlich nicht möglich, wenn einem zu viel Gewicht da... Was ist das denn? Dann schmeißen wir halt jetzt ein paar Sachen raus und dann ist es gut. Aber was nehmen wir denn da? Was könnten wir denn dafür rausschmeißen? Also die Drachensachen auf keinen Fall, die geben zu viel Kohle. Tja. Seelensteine und Fell, das... Eigentlich schon... Gebrauchen. Klimax Vorräte? Was war das denn nochmal? Ach, die müssen wir ja oben auf diesem... Auf Hochrodka, da müssen wir die ja abgeben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das müssen wir noch machen. Ja, ein Buch brauchen wir auch nicht. Gibt kein Geld da. Sperrt uns nur. Was können wir denn noch rausschmeißen hier? Tränke? Ne. Weißt du was? Schmeißen wir das Schild einfach raus. Brauchen wir sowieso nicht. Und dann ist es gut. Jetzt können wir auch wieder nochmal gehen. Und vielleicht kommt ja Lydia wieder, wenn wir nach Weißlauf gleich reisen. Aber die ist wirklich weg. Ich sehe sie nicht mehr. Na egal. Reisen wir jetzt einfach mal zurück und dann... Gucken wir mal, ob die wiederkommt. Beziehungsweise, wir reisen erstmal nach Hochrodka, denn da können wir ja noch diesen Rucksack... Ähm... In die Truhe legen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. So, wollen wir das mal eben machen. Achso. Dafür war die... Ah... Gut zu wissen. Wo sind denn jetzt die Vorräte? Vorräte, Vorräte... Äh... Ah da. Klimax-Vorräte. Und zack. Quest abgeschlossen. Und dann... Haben wir das auch erledigt. Reisen wir auch schnell, ähm... Nach Ivarstadt. Dann können wir nämlich da auch noch eben die Quest abgeben. Beziehungsweise die Belohnung uns abholen. Gucken, was es uns dort gibt. So, wo haben wir'n denn? Klimax. Mhm. Klimax. Ah, da. Ah, komm, geh mal eben von der anderen Seite rein. Wird schneller. Oder auch nicht. Hä, wo ist denn die Tür? Ah, okay. Aufbrechen. Okay. Dann warten wir halt ein bisschen bis morgen. Und dann... Können wir da auch rein. Die Quest abgeben. Und nach Weißloft zurück. So. Das müsste reichen. Wo ist der denn jetzt hin? Jetzt ist der zum Fluss gelaufen. So. Ah, schön euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung. Jo, ich habe die Vorräte nach Hochrotger gebracht. Was ist dein Aufstieg, was? Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. 750 Gold. Na, wenn das nix ist. Danke nochmal für die Lauferei. Jo, gerne. So, Weißloft. Jo. Hier mal erstmal verkaufen. Und dann... Schauen wir mal, was wir da machen. Okay. So, erstmal speichern. Haben wir einiges gemacht. Und dann, äh... Ach stimmt, wir wollten ja noch einen Verzauberertisch, äh... Haben. Aber wo könnten wir denn hier einen Verzauberer finden? Trunkener Jägersmann. Was ist denn hier? Palgaios Haus. Naja. Hier sind auch keine. Das ist eine Wache. Akadias Kupferkessel. Gucken, was wir da machen können. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche fragt. Ihr seht etwas blass aus. Könnt ihr sich um eine Attachie handeln? Das war ja die Alchemistin. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten. Beziehungsweise, was können wir dir verkaufen? So. Blitzresistenz weg. Frostresistenz weg. Naja, das können wir noch gebrauchen. Heilung. Kleine Heilung. Krankheitsheilung. Saubertrank der Stärke. Ja, weg. Tarnung. Auch weg. Wasseratmung weg. Zerstörung lassen wir mal. Giftresistenz. Ja, Magiker wiederherstellen lassen wir auch. Zielkunst verstärken. Was können wir denn hier... Ach ne, hier... Das nimmt zwar so viel Gewicht weg, aber ich glaube, das zu verkaufen lohnt nicht. Oh, der können wir die Drachensachen verkaufen. Ist schon mal nicht schlecht. Aber die hat leider nicht mehr genug Geld. Und außerdem weiß ich auch gar nicht, was wir damit nicht noch alles machen können. Wenn das jemand weiß, könnte er das mal bitte schreiben, ob die nur zum Verkaufen da sind oder ob man die vielleicht irgendwo für braucht. Denn dann können wir ja dementsprechend gleich, äh, was heißt gleich, oder dann dementsprechend beim nächsten Mal, äh, die Sachen verkaufen oder dann eben, ja, irgendwo für benutzen, wofür auch immer die noch gut sein könnten. Das wäre nett, wenn ihr mir da schreibt. Eine interessante Mischung. Experimentiert nur weiter herum. Übung macht den Meister. Jo, das werden wir machen. Wollen wir mal gucken, was wir noch so alles rausfinden. Nehmen wir mal die Bärenklauen, Donnerherz und Koboldschemel. Ah, das hatten wir schon. Okay. Können wir sonst nehmen. Koboldschemel, Donnerherz, Bärenklauen. Lähmen. Okay. Alchemie auf 18 verbessert. Rauer Wulstling, rote Bergblume und Schimmerpilz. Ah, schade. Leider nix gegeben. Was können wir noch machen? Skiverschwanz, Schlammkrabbelnöpfin, rote Bergblume. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sag Bescheid, wenn ihr mit dem Baum kommt. Säbel, Zahntigerauge. Was können wir denn damit verbinden? Vielleicht Nirnwurz? Ein Drachenbaum? Oh. Okay. Jetzt sind die Sachen auf jeden Fall weg. Ah, ich klicke jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Äh. Damit wir einfach mal ein bisschen was rausfinden. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Seiden... Oh, das hat viel gegeben. Schläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Das hatten wir wohl schon. Ich habe Heilmittel für gewünscht. Das hat nichts gegeben. Ihr und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Seiden, Umschläge... Ausdauer wiederherstellen wieder. Feuerresistenz. Mit Salz haben wir noch gar nichts rausgefunden. Es soll auch endlich mal irgendwas klappen. Hör mal ein bisschen Trollfett noch. Und Trollkirsche. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Oh, Schlossknacken war da gerade. Das hat wieder viel gegeben. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel. Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Die labert ja die ganze Zeit im Hintergrund. Ist ja schon leicht, äh... Nervend. Oh, da haben wir mal einen Effekt von Salz gerade rausgefunden. Entzürnen. Für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Ja, komm, machen wir jetzt einfach mal einen Trank, wo wir wissen, dass was passiert, so. Und dann, äh, sind wir nämlich jetzt auch in Stufe 12 geworden. Und haben einen neuen Talentpunkt, den wir besetzen können. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Bitte entschuldigt. Aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen haben wir etwas... Die wir jetzt gerade so schön hergestellt haben und eigentlich nicht brauchen. So, Gesundheit senken weg. Lämm weg. Magikar senken weg. Magikarine Regeneration senken. Mach mal auch weg. Ja, was haben wir hier denn für Zaubertränke? Oha. Zusätzliche Magikar. Gesundheit, Heilung, Krankheitsheilung, Regeneration, Zerstörung, Feuerresistenz. Hm. Lassen wir einfach mal. Gesundheit regenerieren. Hä, was ist denn da jetzt ein Unterschied? Warum haben wir denn dreimal verschiedene Gesundheit regenerieren? Stellt noch Magikar her? Okay. Und was ist da drunter? Entzieht dem Ziel Magikar. Mhm. Ja, ich glaube, das brauchen wir dann mal eher nicht. Sonst. Schlossknacken verstärken. Schlossknacken ist 30 Sekunden lang um 9% einfacher. Was können wir hier? Alchemie trainieren. Ich kann euch sicher, dass einer oder andere beibringt. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Oh, das gibt auch immer einen kompletten Punkt. Ja, dann haben wir jetzt 25 und dann müsste das doch reichen. Wenn ihr ein Heilmittel braucht. Und dann gucken wir mal bei den Talenten nach. Und ich bin dafür, dass wir die Magikar noch ein wenig erhöhen. Tja, und wo packen wir einen Punkt rein? Zerstörung. Aber da haben wir schon den Lehrling. Was können wir denn noch machen? Blocken. Zweihändig. Brauchen wir sowieso nicht. Einhändig. Kann man bei einhändig noch machen. Äh, bei Schießkunst meine ich. Da haben wir schon alles. Echte Rüstung. Ne. Schleichen. Hm. Schlussknacken. Redekunst. Alchemie. Tja. Schlussknacken. Schleichen. Was nehmen wir denn? Ah, das ist so viel. Und ich bin so unschlüssig. Zerstörung. Und können wir denn da das nächste nehmen? Okay, nehmen wir einfach, äh, Zerstörung Lehrling. Und dann können wir da ein bisschen besser die Zauber da einsetzen. Passt das schon. Ich hoffe ja mal, dass wir bald ein paar Bücher finden. Und dann müsste das so in Ordnung sein. So, dann gehen wir mal wieder raus. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Aufnahme. Und ja. Dann bleiben natürlich noch einige Fragen offen für euch. Nämlich, äh, was machen wir mit den Drachenknochen? Verkaufen? Behalten? Kann man die benutzen? Oder was weiß ich. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, sieht man sich auf jeden Fall. Das nächste Mal war eine erfolgreiche Jagd gegen den Drachen. Hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich hoffe euch natürlich auch. Und, ähm, ja. Dann bleibt natürlich noch die Entscheidung. Was sollen wir als nächstes machen? Wollt ihr, dass wir bei der Hauptquest jetzt bleiben und weiterreisen? Oder kümmern wir uns jetzt noch erstmal noch um die Sache mit den Gefährten? Und, ähm, machen dann noch weiter mit Kotluck, der ja ein bisschen den Wehrwölfen den Garaus machen will. Ähm, ja. Ja, eure Entscheidung ist mir wichtig. Und deswegen hoffe ich auf viele, viele Kommentare von euch. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß bei dem, was auch immer ihr noch macht. Und, ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Entscheiden. Tschüss. Tschüss.